Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rezi für euch und zwar ist es The Way We Melt von Nena Tramontani. Das ist der dritte und finale Band der Hungry Hearts Reihe. Dieses Büchlein hat 427 Seiten und hat von mir, ja, ich würde mal sagen 3,5 Sterne, super gut verdient. Hier geht es ja diesmal um den älteren Bruder, dem wir immer nur so Andeutungen bekommen haben. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieser Bruder die Stadt Goldbridge verlassen hat und warum, wieso, das erfahren wir natürlich in diesem Büchlein. Aber er hat halt schon ziemlich früh, auch seine Brüder, dadurch haben die sich ja einen Stich gelassen gefühlt und haben deswegen auch kein gutes Verhältnis mehr zu seinem älteren Bruder. Und ja, und der Bruder heißt Nick, Nikolas. Doch Nikolas war es. Es ist auf jeden Fall ein Perspektivwechsel geschrieben, wir haben dann immer, doch Nikolas, Nikolas, genau. Und genau, Nikolas ist der, der sozusagen die Familie in den Stich gelassen hat und die Familie ja dann natürlich sehr viel durchmachen musste. Das erfahren wir alles in den ersten beiden Wänden. Und ja, es dreht sich ja natürlich immer noch alles um dieses Restaurant, um das Prisma, was seine Eltern führen. Und es ist ja so eine Mischung aus traditionellen, griechischen Essen mit den traditionellen Essen, was es halt dort gibt. Und in Goldbridge plus Umgebung. Also die haben sich das so ein bisschen Multikulti da so angeeignet, dass halt sozusagen richtig gutes Essen auf den Tisch kommt. Das Problem ist, warum es immer noch nicht so gut läuft, ist natürlich die Vermarktung. Und ja, da hat natürlich der ältere Bruder eine Idee, da er natürlich Food-Fotograf ist, beziehungsweise halt Fotografie mag. Und er sonst halt immer so Aufträge genommen hat, um irgendwelche Essens-Blog-Seiten, beziehungsweise so die Homepages von den Restaurants mit verschiedenen Essens-Fotos und so aufzupeppen. Und das gleiche wäre natürlich kostenlos für seine Eltern, also halt für das Restaurant, seine Eltern machen. Und ja, da muss er natürlich mit der Darcy zusammenarbeiten. Und Darcy begleitet die Familie natürlich schon ziemlich lang. Sie ist nicht nur Angestellte im Prisma, sondern auch die beste Freundin des mittleren Bruders. Und ja, also sie kennt natürlich die Familiendramen und wurde halt so aufgenommen, in manchen Situationen, wie so die Tochter. Und ja, dadurch kennen die zwei sich natürlich. Und ja, die zwei verbindet natürlich auch nochmal eine sehr spezielle Geschichte. Also ich würde es ja jetzt als speziell abbetiteln. Und ja, dadurch, dass er natürlich Niklas natürlich dann einfach von heute auf morgen die Stadt verlassen hat und ja, sie damit sozusagen auch einen Stich gelassen hat, ist sie natürlich auch stinkesauer auf ihn. Und er muss sich halt jetzt endlich oder er hat sich vorgenommen, jetzt endlich sein, Ängsten zu stellen und nicht weiter ständig weg zu flüchten, sondern die Probleme, die er verursacht hat, sich zu stellen und diese endlich zu regeln. Genau, deswegen kehrt Niklas zurück nach Goldbridge. Das ist so der Hauptgrund und dann natürlich so als nebenbei, weil eben so ein bisschen langweilig wird, dieses Fotosache mit dem Prisma, also mit dem Restaurant seiner Eltern zu führen. Und ja, und das ist natürlich sehr spannend, natürlich, weil die zwei so ein bisschen anecken aneinander, Darcy und Niklas und deswegen, und die müssen ja dann dadurch, dass beide ja irgendwie dem Prisma helfen wollen, zusammenarbeiten und das ist natürlich schon sehr lustig an einigen Stellen. Und ja, achso, hier drin ist dann auch wieder eine Playlist, die werde ich euch natürlich auch noch erstellen und dann könnt ihr passend zu dem Buch die Playlist lesen. Ich muss sagen, mir hat 1 und 2 irgendwie einen Ticken besser gefallen, deswegen habe ich Band 1 und 2 auch mit 4 Sterne bewertet. Ich weiß nicht, an was es lag, vielleicht, dass der ältere Bruder mir nicht so ganz sympathisch war. Ich konnte zwar seine Entscheidungen so in bestimmten Punkten verstehen und nachvollziehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, da hat so einen Ticken gefehlt. Und bei Darcy genauso, deswegen hat dieses Büchlein jetzt nur 3,5 Sterne von mir bekommen, aber nicht, dass so. Trotz ist eine gute Reihe für zwischendurch. Es gibt natürlich auch wieder eine Triggerwarnung, die wird auf der ersten Seite angetriesen, die Triggerwarnung, dass man auf Seite 428 blättern kann, muss, wie auch immer, wie man das gerne möchte. Und natürlich die Spoilerwarnung, Triggerwarnung, genau. Dann ist auch noch, hier steht natürlich alles weiter, hier ist der erste Band der anderen Reihe von Nena drin, nämlich Fly and Forget Who So. Und da ist, glaube ich, ein Kapitel oder so von der Soho Love Reihe. Ich glaube, ein Kapitel oder ich weiß gar nicht mehr, ob das das erste Kapitel war. Auf jeden Fall habe ich es auch gelesen gehabt und muss natürlich schmunzeln, weil ich es natürlich schon kannte. Und genau, da kann man auch sozusagen noch ein Stück von ihrem anderen Büchlein, von ihrer anderen Reihe lesen, wenn man sie nicht schon gelesen hat. Genau, also ich muss sagen, von ihr habe ich die zwei Reihen jetzt komplett gelesen. Ich bin gespannt, was sie natürlich jetzt noch so schreiben wird und in welche Richtung das Ganze gehen wird. Und ja, und Nena kommt ja oder lebt in Stuttgart. Hier hat man dann auch noch die Autorin und es ist auch wieder der Instagram Account von ihr mit drauf. Und da kann man ihr auch gerne folgen. Genau. Es ist auf jeden Fall ein Buch, was auch hungrig macht, weil natürlich werden auch Rezepte so oder beziehungsweise Essen so ein bisschen erklärt, so wie man sich das so vorstellen hat. Und was ich auch toll finde, unter jedem Sichtwechsel von dem Kapitel steht natürlich auch nochmal eine Songzeile war das. Ja, fand ich richtig, richtig gut. Okay, mein Lieben, schaut auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei. Da könnt ihr dann in Ruhe diesen Klappentext hier durchlesen, weil ja, der spoilert dann doch schon ein bisschen. Und hier ist ja auch nochmal ein Klappentext drin, der extrem spoilert, wenn man natürlich die ersten beiden Bände noch nicht gelesen haben sollte. Klar, es ist in jedem Band ein anderer Bruder. Aber diese Hintergrundstory mit dem Restaurant, man klickt nicht durch, wenn man einfach irgendein Band zwischendrin oder so liest. Also ja, deswegen würde ich euch schon empfehlen, die Bücher nach der Reihe zu lesen. Und ich finde es auch wieder toll, dass die Gestaltung, das mit dem Goldenen, ist ja auch bei den anderen, da ist es jetzt, hier ist es zum Beispiel grün mit Glitzer und da war es so ein blau mit Glitzer. Also das fand ich schon richtig cool gemacht und ja, und das ist auch ein schlichtes, tolles Cover. Ja, nicht immer so beladen mit ganz vielen Figuren drauf oder so. Was von Genre her im Fantasy-Bereich, finde ich, kann das meistens passen, obwohl ich da auch ein paar Cover kenne, wo zu viel einfach drauf ist und das dann auch so ein bisschen nicht schön aussieht. Deswegen immer so ein bisschen, ja, wenn man das so ein bisschen schlicht hält, finde ich das auch richtig toll. Okay, meine Lieben, auf jeden Fall schaut unten in der Infobox vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!